Was hast du hier eingetroffen? Wann ich hier eingetroffen bin und die Tür aufgegangen und ich habe das Gesicht gesehen, was ich auch hier sehe, das hat mich wirklich so entspannt. Ich war erst ein bisschen ängstlich, allein und viel Skepsis gehört von Kollegen von zuhause, allein, im Ausland, zur Klinik. Das ist irgendwie leidsinnig, aber ich war überzeugt, irgendwie das Innere. Ich habe auch telefoniert mit Kollegen, bevor ich hier vorankam und habe mich alles irgendwie so überzeugt. Es wird alles gut und deswegen war ich bereit zu positiven und das hat auch alles hier bestätigt bekommen. Ziel war etwas finden, was unter einem Dach ist. Und deswegen habe ich so gezielt gesucht, es waren schon andere Varianten, aber das Gesamtbild und was ich gelesen habe, hat mich irgendwie überzeugt. Das ist genau, was ich will. Trotzdem, das ist schon nicht so nah von zuhause. Ich wohne im Raum Köln-Bohn und ja, habe ich auch bekommen, was ich erwartet habe. Sogar viel mehr. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass es so toll alles sein wird. Sogar viel mehr. Vielen Dank.